Herzlich willkommen auch zu diesem kleinen Impuls zur Ergotherapie mit Menschen mit Demenz und kognitiver Einschränkung mit einem Schwerpunkt auf Aktivitäten des täglichen Lebens. Mein Name ist Verena Tatzer, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachhochschule Wiener Neustadt im Bachelorstudiengang Ergotherapie. In diesem kleinen Video geht es darum, wie sich die Aktivitäten des täglichen Lebens verändern können bei Menschen mit Demenz, dann einen kurzen Einblick über wichtige Ergotherapie-Interventionen in diesem Bereich und auch ein paar Prinzipien dazu. Beim Thema Essen und Demenz kommt es auch darauf an, was für eine Art der Demenz bzw. kognitive Einschränkung die Person erlebt. Die verschiedenen Demenzformen haben auch unterschiedliche Symptome und auch unterschiedliche Verlaufsgeschwindigkeiten. Daher ist es wirklich wichtig, immer alle Interventionen auf die Person zuzuschneiden. Sehr oft kommt es aber eben bei fast allen Formen der kognitiven Einschränkung bzw. Demenz auch zu einer Reduktion der Geruchswahrnehmung und auch bei Geschmack und, und das ist ja auch ein Kardinalsymptom der Demenz, zu Beeinträchtigungen der sogenannten Aktivitäten des täglichen Lebens. Die Aktivitäten, die Personen machen, um sich selbst zu erhalten und funktionsfähig zu erhalten. Besonders die instrumentellen Aktivitäten des täglichen Lebens, das ist zum Beispiel Einkaufen oder eben auch Kochen, aber auch sich im öffentlichen Raum bewegen, Finanzen gebaren. Zu diesen komplexen Aktivitäten des täglichen Lebens kommt es schon sehr früh auch zu Problemen bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Es kann auch sein, dass Menschen dann aufgrund eines Teufelskreises auch sozial isoliert werden und das kann natürlich auch diese Probleme verstärken. Insgesamt kann man sagen, beim Thema Essen und Demenz ist das vor allem das Verhalten, das Essensverhalten oder das Erforschen des Verhaltens beim Essen etwas vernachlässigt ist. Zu welchen Veränderungen kann es jetzt aber auch kommen bei den sogenannten IADL? Auffällig ist, dass die Verwendung von Alltagstechnologie schon ganz früh bei Menschen mit Demenz problematisch wird. Das geht vom Bankomat zum Handy, aber hier bei uns jetzt beim Thema Essen eben auch beim Herd und bei Geräten in der Küche. Forschungen haben gezeigt, dass es schwierig ist, Bedienungen wie Knöpfe, Knöpfe drehen, Knöpfe drücken etc. auch sozusagen durchzuführen. Eine mögliche Erklärung ist, dass Menschen mit Demenz, kognitiven Einschränkungen oft Schwierigkeiten in der Raumwahrnehmung haben. Und Kochen ist ein sehr komplexer Prozess, eine komplexe Aktivität mit vielen einzelnen Schritten. Insgesamt haben Menschen mit Demenz Probleme sowohl mit den motorischen Fertigkeiten, das heißt bei den Bewegungen, als auch bei den Prozessfertigkeiten. Das sind die Dinge, die man braucht, um zu planen und zu organisieren. Es kommt zu einer Verlangsamung, das hat man auch in Studien gesehen und auch bei der Probleme bei der Durchführung von Bewegungen. Das heißt, die Geschwindigkeit zu halten, die Aufmerksamkeit, aber auch Objekte auszuwählen, die richtigen Werkzeuge auszuwählen, die Aktivitätsschritte in der richtigen Reihenfolge auszuführen, kann schwierig sein. Aber auch, wenn Menschen bemerken und anpassen, das kann schwierig sein. Das heißt, von Fehlern oder Ausfehlern zu lernen, ist beeinträchtigt. Die Ergotherapie ist ein Gesundheitsberuf, die gerade in diesem Bereich auch in den letzten Jahren besonders gut erforscht worden ist. Die Rolle ist dabei, die erhaltenen Fertigkeiten der Person auch gut zu erheben und die Funktionen bei den Aktivitäten des täglichen Lebens herauszufinden. Welche Hilfestellung, welche Kompensationsstrategien, aber auch welche Umfeldanpassungen hier hilfreich sein können, das finden ErgotherapeutInnen heraus. Und sie finden Strategien, um diese Aktivitäten dann auch sicher und erfolgreich durchzuführen. Dabei werden auch die betreuenden Personen trainiert und auch bei der Problemlösung beraten. Oft passiert das dann durch Vereinfachung von Aktivitäten oder Aufgaben, aber auch Schulung in Kommunikation und Stressreduktionstechniken. Es hat sich auch gezeigt, dass Ergotherapieinterventionen, die personzentriert sind, hier auch wirklich effektiv wirken. Vor allem im häuslichen Umfeld gibt es hier schon gute Studienergebnisse, auch moderate Evidenz, dass die ADL-Durchführung tatsächlich durch Ergotherapie verbessert wird und dass die Belastung der Angehörigen auch sinkt. Dabei werden eben sehr oft die Angehörigen und sozusagen Zugehörigen auch wirklich einbezogen in der Therapie. Und das wird auch wirklich empfohlen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass man durch Ergotherapie auch Heimeinweisungen, also Institutionalisierungen, auch etwas verzögern kann. Und daher wird das auch empfohlen. In vielen Leitlinien, wie zum Beispiel eben der aktuellen Demenzleitlinie. In der Ergotherapie analysieren wir Aktivitäten, die Person und das Umfeld und das Zusammenspiel von diesen drei Faktoren. In der Intervention kann man entweder kompensieren, das heißt Aktivitäten vereinfachen, das Umfeld anpassen, oder man kann Fähigkeiten wiederherstellen und trainieren. Der dritte Ansatz, der auch sehr oft passiert, ist eben die Person selbst und die betreuenden Schulen oder eine Kombination aus allen Vieren. Eine recht aktuelle Intervention ist die kognitive Rehabilitation, die auch vor allem in Großbritannien auch schon gut erforscht ist. Und es hat sich aber auch gezeigt, dass auch Verbesserungen beim Essen durch kognitive Stimulation in der Ergotherapie auch in Pflegeheimen sinnvoll sein kann. Und auch in Umweltanpassungen, wie zum Beispiel eine Dekoration bei der Essenssituation, auch hier gibt es schon erste Hinweise aus der Forschung. Zusammenfassend muss man sagen, wenn eine Diagnose Demenz gestellt wird, ist es sinnvoll, zu einer Ergotherapie zuzuweisen, damit eben möglichst früh diese Interventionen auch greifen können. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank.